In 20 Sekunden fahre ich los. Na dann, Beeilung, meine Süße. Soll die Prinzessin ein rotes Kleid haben, so wie meins? Ganz genau. Wo ist Missy? Missy! Wo ist Missy? Tut mir leid mehr, keiner hat sie gesehen. Missy! In meinem Briefkasten lag ein Brief, aber es waren keine Spuren im Schnee. Du willst doch nicht wieder dorthin zurück, oder? Irgendwas muss ich tun. Du weißt, dass das keine gute Idee ist. Eine verrückte Idee, aber was soll ich sonst tun? Ich hab drin Feuer gemacht, falls Sie sich aufwärmen wollen. Mackenzie Allen Phillips. Darauf hab ich mich schon sehr gefreut. Kenne ich Sie? Nicht sehr gut, aber daran werden wir arbeiten. Sie wollen, dass ich ihn verzeihe. Ich will, dass er leidet. So, wie ich gelitten habe. Sie wünschen sich ein Leben ohne Schmerz? Ja. Das gibt es nicht. Sie können das schaffen. Ich kann nicht. Allein können Sie es nicht. Ich kann nicht. Meine Verlobte glaubt, wenn man intim miteinander war, ist man in den Augen Gottes dieser Person für den Rest des Lebens verpflichtet. Sie glaubt also, Sie wären praktisch verheiratet. Sie glaubt also, Sie wären praktisch verheiratet. Ich bin überzeugt. Vielen Dank.